Du hast im Bereich der Kniekehle Verspannungen, Schmerzen, ein Zwicken vielleicht oder unklare Kniegelenksbeschwerden? Dann zeig dir Pam, wie du dich effektiv mit dem TMX Original an deiner Kniekehle behandeln kannst. Los geht's! Setze dich auf den Boden und strecke das zu behandelnde Bein. Das andere winkelst du an. Positioniere deinen TMX Original an deiner Schmerzstelle im Bereich der Kniekehle, um den Verspannungen entgegenzuwirken. Wende die TMX 3er Methode an. Erstens, trigger deine Schmerzstelle circa eine Minute lang. Wenn der anfängliche Schmerz nachlässt, kannst du mit der Mobilisierung deines Fußes beginnen. Zweitens, beuge und strecke deinen Fuß abwechselnd, während du triggerst circa 10 bis 15 Sekunden lang. Danach lässt du dich wieder vom TMX Triggern. Ich empfehle dir, ständig zwischen dem Triggern und Mobilisieren zu wechseln. Zum Schluss dehne deine Wadenmuskulatur. Damit ein ausreichender Reiz auf das Gewebe entstehen kann, solltest du diese TMX 3er Methode bei Erstkontakt circa 3 bis 5 Minuten lang wiederholen. Viel Spaß!